Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein Popcorn-Time-Video für euch, in dem es um Filme, Serien und Phantoms geht, die man alle mit Popcorn genießen kann. Und heute bin ich mal ganz unvorbereitet, beziehungsweise so halb unvorbereitet. Es ist nämlich so, dass ihr mir schon ganz, ganz oft geschrieben habt, dass ich mal eine Reaction drehen soll auf ein sogenanntes Crack-Video von irgendwelchen Serien oder Filmen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, ob das Outtakes sind oder was auch immer. Ich habe wirklich keine Ahnung, ich glaube, es könnte ein Outtakes sein, aber I don't know. Und deshalb dachte ich mir heute, ich mache das direkt mal. Ich habe mir überlegt, dass ich heute auf ein Supernatural-Crack-Video reagieren werde und gucken weiter, was da drin so passiert. Ich habe es schon offen, also das erste Bild ist schon da. Ja, ich werde es euch auf jeden Fall auch in der Infobox verlinken, dass ihr es auch angucken könnt. Und ich bin schon sehr gespannt und ich habe keine Ahnung, was mich jetzt gleich erwarten wird. Und dann würde ich sagen, wir starten einfach mal direkt. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh shit! Oh shit! Oh nein! Oh! 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 Ich habe Angst, was passiert jetzt gleich? Auch mal! Oh! Oh, Crowley! Oh! Oh, die sind so lustig. Ich glaube, der Cast von Supernatural ist, glaube ich, so ziemlich der witzigste. Die drei Jungs sind einfach so witzig. Also, äh. Oh, oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. No one in the history of torture has been tortured with torture like the torture you'll be tortured with. Wait, what? Wait, what? Following the leader, the leader, the leader. We're following the leader, forever he may go. Oh, my God. Oh, shit. Der Stiel, ne? Die zwei. Oh, shit. You did good back there, Mr. Oh, shit. Oh, shit. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Oh, shit. Oh, shit. Hey, Lucy. Hi, Lucy's how I'm happy when I greet her. Let me go home in my face. Oh, shit. Von Lucy, genau. Ich glaube, es auch. I thought you liked my singing. It seems like I lack a certain skill. You saw nothing. Was? Oh, shit. I'm Batman. Oh. Oh. Dean is so cool. Ich liebe Dean. Und Sam auch. Aber Dean is halt irgendwie so lustig. That was scary. Oh, that was scary. Oh, shit. Because you had a bad day. Oh. Oh, man. Oh. Ohhhh Ey ich schippe das hier so hart, ne? Also den und Castiel Oh ja, ich erinnere mich. 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 Oh shit. Oh ja, ich erinnere mich. 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 Okay, das war's. Oh ja, ich erinnere mich. Und ich erinnere mich. Oh ja, ich erinnere mich. Und ich erinnere mich. Und ich erinnere mich. Und ich erinnere mich.